Musik Wenn ich den Mann neben mir jetzt vorstellen würde, würde das in Koblenz fast an einen Akt der Majestätsbeleidigung grenzen. AKK-Präsident Christian Johann, ich grüße dich. Ja, schönen guten Tag, Johannes. Einstellungsvoraussetzung der AKK könnte man meinen, es schadet nicht einmal Prinz gewesen zu sein. Für dein Amt ist das so? Ja, als Präsident macht das ja durchaus schon mal Sinn, dass man schon mal vielleicht Prinz in Koblenz gewesen ist. Man hat Bühnenerfahrung, man kennt die Menschen, man kennt die Leute, also von daher ist es vielleicht gar nicht schlecht, aber keine Grundvoraussetzung. Hat den Vorgängen aber auch nicht geschadet? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber davon mal abgesehen, man fängt ja nicht als Prinz an im Karneval, das ist ja nicht die erste Station. Was ist die erste Station im Karneval, an die du dich in deiner karnevalistischen Karriere erinnerst? Ja, also ich bin ja 1998 erst nach Koblenz gekommen. Ich bin ja grundsätzlich gar kein Kovelenser. Die Liebe hat mich hier hingetragen und meine Frau war aktive Funkenmariechen bei der KKG Rot-Weiß-Grün Kovelenser Schengelscher von 1922 e.V. Und ja, dann war es ein Automatismus, da ich ja vorab schon mal in meinem Heimatort, Ernst an der Mosel, auch karnevalistisch aktiv war im Männerballett und im Elberrad, war es natürlich auch ganz klar, dass ich dann noch in Koblenz aktiv werde. Und so sollte ich zum Wagen bauen, so kam ich zum Koblenzer Karneval. Große Fußstapfen, ganz auszufüllen. Wie zufrieden bist du bisher und wie weit ist dir das gelungen? Wie weit das mir gelungen ist, das glaube ich muss das Publikum erstmal entscheiden und die Menschen draußen. Natürlich war das, was der Franz Josef gemacht hat in den zehn Jahren vorher, natürlich ganz viel Gas gegeben. Den Koblenzer Karneval nach vorne gebracht, nach vorne gebrecht. Und wir haben versucht natürlich, das Ganze auf eine andere Art und Weise, wie ich halt so bin, auf die Bühne zu bringen. Und dann kam was, was wir uns alle nicht gewünscht haben, was uns dann auf die Vollbremse gepackt hat. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir solche Herausforderungen auch für den Karneval noch nie erlebt. Was sind deine größten Sorgen, Kinder? Was macht dir im Moment die größten Sorgen? Ja, wir haben jetzt wirklich ein Jahr gehabt, wo es natürlich schwierig war, erstens die Vereine natürlich auch am Leben zu halten. Für die Vereine war es auch nicht leicht, weil die Mitglieder natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung haben. Und wenn du nichts machen darfst und kannst, ist es natürlich schwierig. Der finanzielle Bereich spielt da natürlich auch mit. Manch einer hat versucht dann auch durch Kündigungen von Mitgliedschaften das Ganze ein bisschen für sich selber runterzufahren. Und jetzt zu versuchen, das Ganze wieder nach vorne zu bringen, nach vorne zu treiben, ist natürlich auch, und das sieht man, glaube ich, überall, auch ein bisschen schwierig, da wieder in die Puschen reinzukommen. Aber ich bin da guten Mutes, dass wir nach der Sommerpause da wieder Vollgas geben können. Kann man schon fast froh sein, auch bei der AKK, wenn man sagt, uns fallen die Schengel-Schiffe aus, dass man schon fast wieder froh sein kann, der Romo fällt auch aus, weil man den sonst gar nicht finanziert kriegen würde? Wir müssen jetzt erstmal abwarten, inwieweit das Ganze jetzt gedeiht. Also wir warten jetzt natürlich ab, was nach den Sommerferien passiert, wie die Politik sich entscheidet, ob man bei Inzidenzen bleibt oder ob man in eine andere Richtung tendiert mit Belegung von Intensivbetten. Das ist für uns ganz wichtig. Wir gehen in die Planungen. Wir haben sowohl den 11.11. hier auf dem schönen Münzplatz geplant, wie auch schon die Option für die Schengel-Schiffe gebucht. Und sind natürlich aber ganz, ganz eng auch bei der Stadt und versuchen auszuloten, in welche Richtung wir gehen können, auch mit einem Rosenmontagszug. Aber Schengel-Schiffe sind ja für die AKK schon eine nahezu Notwendigkeit in finanzieller Hinsicht. Ja, das Finanzielle ist natürlich ein großer Akt. Ich meine, wir brauchen, glaube ich, über einen Rosenmontagszug, was das für ein Aufwand ist, nicht zu sprechen. Wir reden aber da nicht nur über Geld. Wir reden auch über Geschichten wie Musikvereine. Inwieweit sind die noch spielfähig? Wagenbauer, man hat festgestellt, auch in der Presse gelesen, den Vereinen fallen so nach und nach auch die Wagenbauhallen weg. Man hat nicht mehr so die Möglichkeit, die Wagen zu bauen. Vom Sponsoring-Bereich brauchen wir, glaube ich, auch mitzureden. Das heißt, es wird natürlich eine Mammutaufgabe für alles sein. Vereine wie Dachorganisationen, aber auch für die Stadt Koblenz, um einen attraktiven Karneval für Koblenz und die Menschen in der Umgebung auf die Beine zu stellen. Es ist ja die große Herausforderung, dass man fast wie Kassandra in die Glaskugel schauen muss, in die Zukunft schauen muss und ein bisschen voraussagen muss, was wird jetzt passieren? Ja, natürlich ist das auch ein bisschen Glaskugelguckerei. Aber ich glaube, wir haben heute im Radio kam raus, 50 Prozent der deutschen Bevölkerung ist vollständig durchgeimpft. Wir gehen sehr, sehr viel optimistischer an die neue Session heran, im Gegensatz auch zu letztem Jahr. Auch da waren wir vorsichtig optimistisch. Aber was im Moment so uns umhertreibt, ist das, dass wir die Session auf die Beine stellen möchten, mit dem Prinzen stellen, den Verein, mit den Koblenzern und schauen möchten, wie wir Karneval feiern können. Das Ganze ist ja, um das für Nicht-Karnevalisten mal klarzumachen, das Prinzenjahr ist einfach nur verrutscht sozusagen. Ist das richtig? Das fiel aus und wird dann einfach nur nachgeholt. Kann man das so sagen? Ja, wir haben ja 43 Karnevalsvereine in Koblenz. Und man hat meistens in der Regel so drei bis vier Jahre Zeit, sich auf so eine Session vorzubereiten. Das hat was mit Mannschaft zu tun, das hat was mit Kostümen zu tun, natürlich auch ein bisschen was mit finanziellem Background zu tun. Und wir haben uns mit den drei Vereinen, die jetzt für die kommenden Jahre schon festgestanden haben, alle an einen Tisch gesetzt und haben gesagt, Leute, es gibt nicht viele Möglichkeiten, gerade im letzten Jahr. Und alle haben gesagt, jawohl, wir machen das. Wir schieben einfach alles einmal nach hinten, sodass jetzt im kommenden Jahr die Reihenfreunde kommen, danach der LCV und danach die Moselweiser. Was war deiner Meinung nach jetzt in dieser ganzen Zeit das Schlimmste? Wen hat es am schlimmsten getroffen? Oder ist tatsächlich auch ein Verein so getroffen worden, dass es den gar nicht mehr gibt? Vereine getroffen, dass es gar nicht mehr gibt. Ich glaube, da haben wir eigentlich Glück gehabt. Ich denke auch, so wie der Koblenzer Karneval aufgestellt ist, kommen viele auch mit einem blauen Auge davon. Wir müssen schauen, gerade der Koblenzer Karneval lebt ja auch von seinen Tanzgruppen, mit allem, was es damit zu tun hat, inwieweit wir jetzt auch wieder mit dem Training beginnen können. Im Moment können wir natürlich draußen trainieren, in Teilen vielleicht auch schon mal drinnen, in Hallen, je nachdem, wie die Situation auch mit der Impfbereitschaft etc. ist. Aber das wird sich jetzt, ich denke mal, nach den Sommerferien noch mal verfestigen, inwieweit wir da auch Rückschritte machen müssen. Zitat Christian Johann. Ich bin unter anderem zuständig für den Spaß an der Freude. Den hast du noch nicht verloren, auch nicht über Corona, oder? Nein, das wäre ja auch schlimm. Ich sage immer, ein Tag ohne Lachen ist ein vergeudeter Tag. Es gibt Situationen und Momente, und das war gerade jetzt auch in der dunklen Jahreszeit. Ich sage immer wieder, der Karneval war früher dafür da, die dunklen Wolken zu vertreiben in der dunklen Jahreszeit. Und ich denke, dass diese dunklen Wolken auch im Kopf rumschwirren, wenn es früh dunkel ist, wenn ganz viel dunkel ist, wenn die Stimmung nicht so da ist. Und das ist so, was den Rheinländer so ein bisschen ausmacht, dass er auch in der Zeit auch mal lachen kann, lachen muss. Und wir haben einiges versucht, um das so gut wie möglich auf die Beine zu stellen. Und das ist uns wichtig, dass die Menschen einen positiven Gedanken aus irgendwas herausziehen können und damit ihr Leben gestalten. Wenn man ja ein Amt neu beginnt, dann steckt man sich ja Ziele. Welche hast du schon verwirklicht können und welche sind noch in der Zukunft, wo du hinschaust, die du gerne verwirklichen wollen würdest? Ja, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, ist im Moment, glaube ich, die Förderung der Jugendarbeit. Das ist uns, glaube ich, allen ganz, ganz wichtig. Wenn man die Redner in den einzelnen Sälen sieht, wird man feststellen, das ist schwierig. Wir haben ganz große Konkurrenzgeschichten. Das macht den Comedy-Bereich aus. Das macht das Überlasten auch viel aus dem Comedy-Bereich. Und wenn man als junger Büttenredner mal auf die Bühne geht und die Bütte rät, war einfach auch mal nicht so gelungen, wie man sich das vorgestellt hat, kriegt man natürlich eine Menge Kritik auch. Und wir wollen gerne versuchen, und das ist mein persönliches Ziel mit meinem Vorstand zusammen, dass wir da versuchen, eine Schulung auch auf die Beine zu stellen, um den Jüngeren auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, auch wenn es mal ein bisschen verpatzt war, dass man weiterhin der Spaß daran hat. Und natürlich auf der anderen Seite dem Publikum auch mal zu sagen, pass mal auf, Leute, die haben sich einen Kopf gemacht, die wollten euch einfach ein bisschen Spaß an der Freude machen. Und wenn der eine Witz vielleicht mal nicht so gut war, trotz allem haben sie Applaus verdient und Anerkennung für ihre Leistung. Ich gebe dir gern noch den Freiraum. Was willst du denn deinen Karnevalistinnen und Karnevalisten gern noch mit auf den Weg geben für die kommende Session? Ich will, dass ganz Koblenz und auch die Umgebung einfach daran denkt, dass wir bald wieder hoffentlich ein Leben haben können, wo wir wieder Spaß an der Freude haben, wo wir rausgehen können, wo wir uns treffen, wo wir gemeinsam Spaß erleben können. Hoffentlich am 11.11. hier auf dem Münzplatz. Die AKK und die angeschlossenen Vereine, die sind bereit und möchten mit euch zusammen in eine tolle Session gehen und einfach versuchen, wieder den Spaß in die Welt zu tragen, wie wir früher haben. Dann sage ich gar nicht auf Wiedersehen, sondern sage, wie sich das jetzt für uns beide gehört, Urlaub. 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 Urlaub.